Zwillinge. Wir beginnen heute mit deinem täglichen Horoskop und legen im Anschluss deiner heutigen Tarotkarten. Los geht's! Als Zwilling kämpfst du derzeit mit einem tiefsitzenden Groll auf jemanden, der dir Unrecht getan hat. Wenn du an diesen negativen Gefühlen festhältst, kann das zersetzend sein und deinen inneren Frieden langsam auffressen. Heute ist die ideale Gelegenheit, dich diesen Gefühlen zu stellen. Anstatt Rache Gedanken zu hegen, die oft nach hinten losgehen und die Situation verschlimmern können, solltest du einen konstruktiveren Ansatz wählen. Gehe auf die Person zu, die dich verletzt hat, und teile ihr deine Gefühle offen mit. Das ist vielleicht nicht leicht, aber es kann unglaublich befreiend sein, wenn du deine Gefühle zum Ausdruck bringst. Ein solches Gespräch kann nicht nur deinen aktuellen Kummer lindern, sondern auch den Weg für positive Energie und Heilung ebnen. Die Erfahrung, diese Gefühle zu klären, könnte dir erhebliche emotionale Erleichterung verschaffen und dir in den kommenden Tagen zugute kommen. Da du als Zwilling von Natur aus sehr intensiv bist, scheint die aktuelle Ausrichtung der Planeten vielleicht nicht sofort Auswirkungen zu haben. Du könntest jedoch feststellen, dass du in deinem unmittelbaren Umfeld, sei es zu Hause oder am Arbeitsplatz, mit einem ungewöhnlichen Maß an Intensität konfrontiert wirst. Das kann eine etwas überwältigende Atmosphäre schaffen. Um dem entgegenzuwirken, solltest du dir etwas Zeit für dich selbst nehmen. Ein einfacher Spaziergang kann ein sehr effektiver Weg sein, um sich zu entspannen. Spazieren gehen tut nicht nur deiner unteren Wirbelsäule gut, sondern gibt dir auch die Möglichkeit, deine Lungen mit tiefer, rhythmischer Atmung zu verjungen. Diese körperliche Aktivität kann als geistiger und emotionaler Rese dienen und dir helfen, mit einem klareren Kopf und einem ruhigeren Gemüt in deine Umgebung zurückzukehren. Heute scheint dein Timing in verschiedenen Aspekten des Lebens perfekt zu sein. Es gibt keinen Grund, deine Aufgaben oder Aktivitäten zu überstürzen, und es ist auch nicht von Vorteil, wenn du dich verspätest. Interessanterweise wirst du, je weniger du bewusst über das Tempo nachdenkst, das du einhalten musst, umso natürlicher mit dem Rhythmus der Menschen um dich herum in Einklang sein. Diese Synchronicität kann ein Gefühl von Leichtigkeit und Flüssigkeit in deine Interaktionen und Unternehmungen bringen. Glück und gute Ergebnisse sind wahrscheinlicher, wenn du eine To-go-with-the-flow-Einstellung einnimmst und den Dingen erlaubst, sich zu ihrer eigenen Zeit zu entfalten, ohne übermäßigen Stress oder Anstrengung. Die aktuelle Ausrichtung der Planeten wirft ein interessantes Licht auf deine Beziehungen, besonders auf die einer dir nahestehenden Person. Die Unentschlossenheit oder das schwankende Verhalten dieser Person könnte dich verwirren und frustrieren. Es mag zwar verlockend sein, sich in einen Schmollmund zurückzuziehen, um auf diese Verwirrung zu reagieren, aber das führt wahrscheinlich nicht zu einer Lösung des Problems. Eine effektivere Strategie wäre es, ein offenes und ehrliches Gespräch über diese Themen zu führen. Eine Diskussion über die Situation kann Klarheit schaffen, Probleme relativieren und möglicherweise zu einem gegenseitigen Verständnis führen. Effektive Kommunikation ist der Schlüssel, um durch diese unsicheren Beziehungsgewässer zu navigieren. Wenn sich die Sterne zu deinen Gunsten ausrichten, stehst du auf der Schwelle zum bedeutendsten Gewinn deines Lebens. Dieser einzigartige Triumph ist nicht nur eine Fügung des Schicksals, sondern ein Beweis für dein Potenzial. Um diesen unvergleichlichen Gewinn zu erringen, musst du den Mut aufbringen, aus deiner Komfortzone herauszutreten. Das Universum drängt dich dazu, deine Träume entschlossen anzugehen. Es ist an der Zeit, Zweifel und Ängste beiseite zu schieben, denn dies ist dein Moment, um zu glänzen. Egal, ob es sich um einen beruflichen Meilenstein, ein persönliches Ziel oder einen Durchbruch in einer Beziehung handelt, denk daran, dass dieser Gewinn deine Initiative erfordert. Vertraue auf deine Fähigkeiten, denn der Kosmos weist dir den Weg. Wenn du vorankommst, verspricht die Ausrichtung der Planeten, dass sich deine Bemühungen in außergewöhnliche Erfolge verwandeln. Dies ist dein Aufruf zum Handeln. Geh hinaus, strecke deine Hand aus und sieh zu, wie sich der wichtigste Sieg deines Lebens vor dir entfaltet. Merkur im Steinbock bildet derzeit ein Treigen mit Jupiter im Stier und signaliert damit eine Zeit voller positiver Nachrichten und günstiger Gelegenheiten. Das ist ein hervorragender Zeitpunkt, um wichtige Schritte zu unternehmen, wie ZB sich um einen Job zu bewerben oder nach Bildungsmöglichkeiten zu suchen. Da Venus im Schützen im Quadrat zu Neptun in den Fischen steht, solltest du dir jedoch bewusst sein, dass diese Zeit auch einige verborgene Wahrheiten oder Geheimnisse ans Licht bringen kann. Es ist ratsam, in dieser Zeit keine großen Verpflichtungen einzugehen, denn es könnte zu unvorhergesehenen Enthüllungen kommen. Die Konjunktion von Mond und Uranus im Stier verstärkt emotionale Erfahrungen, vor allem im Bereich der Romantik und Leidenschaft. Diese astrologische Konstellation deutet auf einen erhöhten emotionalen Zustand hin, der zu tiefgreifenden und leidenschaftlichen Erfahrungen in deinen persönlichen Beziehungen führen könnte. Nun geht es gleich weiter mit deiner Tarot-Lesung. Doch bevor wir dazu kommen, noch eine wichtige Nachricht. Wenn du dich von den ermutigenden Botschaften, die wir in unseren täglichen Horoskopen vermitteln, angesprochen fühlst, laden wir dich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Wenn du unseren Kanal abonnierst, verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf deinem Weg zur Größe inspirieren können. Und vergiss nicht, einen Daumen hoch zu drücken, um deine Wertschätzung für die positive Energie zu zeigen, die wir in dein Leben bringen wollen. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern hilft auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Außerdem freuen wir uns, von dir zu hören, also hinterlasse einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Lasst uns gemeinsam diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen und die Welt mit Positivität und Liebe erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Es geht weiter mit unserer täglichen Tarot-Lesung, bei der du einen schnellen Einblick für den Tag erhältst. Wir ziehen drei Karten, um die wichtigsten Einflüsse für deinen Tag zu verstehen. Diese inspiriert dich, eine Perspektive zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Los geht's! Die 10 der Kelche ist eine Karte, die ein hohes Maß an emotionaler Zufriedenheit und Glück in deinen persönlichen Beziehungen und deinem Familienleben symbolisiert. Sie spiegelt eine Zeit wieder, in der du dich mit den emotionalen Beziehungen, die du zu anderen aufgebaut hast, vollkommen zufrieden und glücklich fühlst. Diese Karte unterstreicht das Gefühl der Einheit, der Liebe und des gegenseitigen Respekts in deinem engsten Umfeld und trägt zu einem tiefen und dauerhaften Gefühl der Freude bei. Sie ist eine Aufforderung, die starken emotionalen Bindungen, die du mit deiner Familie und deinen Freunden teilst, nicht nur anzuerkennen, sondern auch zu feiern. Die 10 der Kelche deutet darauf hin, dass diese Beziehungen eine Quelle tiefer Erfüllung und Freude in deinem Leben sind. Das As der Kelche steht für den Beginn neuer emotionaler Erfahrungen und signaliert das Aufkommen neuer Gefühle der Liebe, des Mitgefühls und der emotionalen Zufriedenheit. Diese Karte zeigt das Potenzial für neue und tiefe emotionale Verbindungen an und deutet darauf hin, dass du dein Herz für neue Liebeserfahrungen öffnest. Es könnte auf den Beginn einer bedeutenden emotionalen Reise oder Beziehung hindeuten, die Möglichkeiten für Liebe, tiefe Verbindungen und spirituelles oder emotionales Wachstum bietet. Das As der Kelche ermutigt dich, die Fülle der Liebe um dich herum zu begrüßen und anzunehmen und dir selbst und anderen mit Mitgefühl und Verständnis zu begegnen. Diese Karte verkörpert die Qualitäten von Verantwortung, Verlässlichkeit und Zielstrebigkeit. Der Ritter der Münzen steht für eine praktische, fleißige und geduldige Denkweise, die für die Verwirklichung deiner Ambitionen unerlässlich ist. Er steht für eine engagierte und fleißige Person, die bereit ist, sich für langfristige Belohnungen und Erfolge anzustrengen. Diese Karte erinnert dich daran, wie wichtig Disziplin und methodische Planung in allen Bereichen des Lebens sind, und ermutigt dich, beständig und beharrlich auf deine Ziele hinzuarbeiten. Die Kombination der Zehn der Kelche, des As der Münzen und des Ritters der Münzen in dieser Deutung deutet auf eine Zeit hin, die von tiefer emotionaler Erfüllung und dem Potenzial für neue Anfänge in deinem Gefühlsleben geprägt ist. Die Zehn der Kelche deutet auf eine Phase der Zufriedenheit und des Glücks in deinen Beziehungen hin und unterstreicht die Bedeutung des emotionalen Unterstützungssystems, das du mit deinen Liebsten hast. Das As der Kelche eröffnet dir die Möglichkeit neuer emotionaler Erfahrungen und Verbindungen und weist auf eine Zeit der emotionalen und spirituellen Entwicklung hin. Der Ritter der Münzen erdet diese emotionalen Erfahrungen mit einem Aufruf zur Verantwortung und Sachlichkeit und erinnert dich daran, dich zu konzentrieren und fleißig auf deine langfristigen Ziele hinzuarbeiten. Diese Tarotdeutung deutet auf ein harmonisches Gleichgewicht von emotionaler Freude, neuen Anfängen in der Liebe und stetigem Fortschritt hin. Es deutet darauf hin, dass du sowohl emotionale Zufriedenheit als auch materiellen Erfolg erfahren kannst, wenn du dich der Liebe hingibst, tiefe Beziehungen pflegst und diszipliniert vorgehst. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.